Ich weiß nicht, ob vorher irgendwer schon mal was zu ihm gesagt hat, das würde natürlich das Ganze immer dann ein bisschen anders machen. Terrell Joyce, weiter Flyball in Richtung Left Center Field und tschüss! Der schlägt oben am Batterseye ein, da ist der Borg auch völlig egal. Terrell Joyce, du hast gesagt, der wird heiß und der lässt hier mal richtig einen fliegen. Der war hoch und weit. Gut, aber richtig. Batterseye ist verdammt weit weg hier. Mitten rein. Er war durch die Pizza. Guter Launch Angle. Gute. Vielen Dank.